Gier, Hass und Verblendung sind die Ursachen meiner fort- und fortwirkenden Taten. Die Anhaftung an Gier. Ich glaube, ich muss gar nicht so weit ausholen. Die Zusammenkunft besteht ja aus Menschen, so wie ich das mitbekommen habe, die sich mit dem Thema Spiritualität wahrscheinlich schon tiefgründig und auch zeitlich längere Zeit damit befassen. Aber vielleicht noch einige Hinweise, über die ich immer wieder stolpere, gestolpert bin oder auch auf dem Weg mit Menschen stolpere. Wohin Gier führt in Form von Konzeptionen, von Identifikationen, davon kann, glaube ich, jeder so ein Lied singen in seinem persönlichen Umfeld. Und ich für mich, mir ist es wichtig, das immer wieder zu analysieren. Bei einem buddhistischen Vortrag gilt es eigentlich zu Anfang immer darum, erst mal die buddhistische Lehre von Grund auf heraus noch einmal darzulegen, mit einfachen Worten. Die Gier im Persönlichen, da kann sich jeder angesprochen fühlen, die Anhaftung an Gier. Die Anhaftung an Ideen von Ländern, von Nationen, die kann man sehr gut beobachten gerade. Einmal die Tagesschau anmachen und man sieht sofort, was los ist. Religionen, die wiederum Konzepte nach sich ziehen. Die Religionen, die dann Gebiete vereinen haben. Aber auch wenn man diese Sachen durchschaut, geht die Anhaftung subtiler. Die Anhaftung, die dann vielleicht für jemanden, der spirituell sich ausrichtet, sich diese Anhaftung einzugestehen und sich nicht mehr damit identifizieren zu wollen, ist doch dann der Weg zu merken oder aufzudecken, dass es dann darum geht, zu sehen, wie undurchschaubar und was für ein Dschungel auch Hass in der subtilsten Form nach sich ziehen kann. Im Zen wird gesagt, wenn das hier, dieser Stock, deine Lebensspanne ist, dann sind die ersten Befreiungserlebnisse, die begrenzt sein können, von ein paar Sekunden bis ein paar Tagen auf den ersten fünf bis zehn Jahren zu verorten. Das sind so die Aha-Erlebnisse. An denen man dann auch gerne hängt. Ah, jetzt habe ich die Wirklichkeit der Dinge durchschaut. Es gibt ja gar kein Ego. Ah, ich habe es erkannt. Dann ist der nächste Abschnitt, und das ist der Rest des Lebens, des Zen-Lebens besteht darin, man nennt das Cultivation of Holy Buddha Hood. Das heißt, Erinnerung ist dann nicht mehr zeitlich zu verorten, sondern Erinnerung zielt nach innen. Und zwar in der Zeitlosigkeit, im Hier und Jetzt. sich eins zu gestehen, dass da Anhaftung ist. Ich habe zwar erkannt, dass es kein Ego gibt, aber jetzt ist es weg. Jetzt bin ich wieder genauso wie vorher. Ich will erleuchtet sein. Ich will nicht verblendet sein. Ich will. Das zu durchschauen ist sehr subtil. Und dann fängt wieder das Laufen an. Dann fängt wieder das Laufen an. Die Rübe fängt wieder an. Die Tendenzen sind da. Sehr viel feiner. Sehr viel subtiler. Aber es ist derselbe Mechanismus. Hier hängen viele Buddha-Figuren oder Bildnisse. Und der Schlüssel ist nicht das Ankommen. Der Schlüssel ist der Weg. Gate, Gate, Paragate, Parasamgate. Bodhisvaha. Gehen, gehen, weitergehen. Darüber hinausgehen. Das ist die Formel. Darüber hinausgehen. Ich will dieses Gefühl der Unzulänglichkeit nicht fühlen. Ich will das nicht haben. Ich, ich, ich will dies, ich will das. Ich, ich, ich. Im Idealfall geht man vom Groben zum Subtilen. Und diese Zusammenkunft hier ist eine sehr subtile Sache. habe ich den Eindruck. Ich habe den Eindruck. Vielen Dank.